Körperprojektion auf die Hand in der Su-Jog-Methode Su ist die Hand, Jog ist der Fuß Hier ist eine Kopie von mir, mein Daumen ist eine Projektion von Hals und Kopf Der Arm, das Bein, das Bein, der Arm Zwei Arme und ein Kopf Rote Söckchen an den Füßen In dem Wundersystem Tierkopf ist es bequem, alle Sinnesorgane zu behandeln Hier ist es leicht, die Projektion von Mund und Zähnen, Ohren, Nase, Wangen und Augen zu finden Die Massage der Korrespondenzpunkte wird überall dort, wo es Störungen gibt, Harmonie bringen Abonnieren Sie den Kanal AccentFace und Sie erfahren noch mehr